Ihr seid nicht fit. Und darum werden wir ab heute vor jedem normalen Training Kraft und Kondition trainieren. Wie häufig trainieren wir für den Dreh? Also ich würde sagen, zwei- bis dreimal die Woche momentan, weil wir einfach wahnsinnig viel drehen und ein irres Pensum haben. Wir haben mehrere Monate Fußballtraining gehabt und das hat uns einfach in eine gewisse Kontinuität gebracht. Weiter, weiter, weiter. Ich kann nicht mehr. Ich gehe Kolumbl. Dann gehst du nach dem Training zu Arzt und lässt dir erklären, wie man richtig atmet. Also Krafttraining, Beintraining und Oberkörpertraining, das mache ich wirklich fünfmal die Woche. Am Wochenende habe ich frei. Und sonst haben wir regelmäßig Fußball-Szenen, die wir halt dann einstudieren und trainieren. Wir haben ja auch einen Fußballcoach am Set. Also wenn wir dann Spielzüge haben, die üben wir dann kurz bevor wir drehen, dass das gut ausschaut. Wir haben ja auch unterschiedliche Niveau. Also wir können alle Fußball spielen. Ein paar spielen schon besser, ein paar schlechter. Also wir haben auch natürlich ein bisschen Sporttraining. Ich brauche da auch ein paar Oberschenkel. Wir hatten Vorbereitungen für zehn Tage jeden Tag. Aber jetzt mittlerweile schaffen wir es eigentlich nur noch während der Drehzeit so ein-, zweimal die Woche.